Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich Schinkenspeck schön zuschneiden kann und habe nachher ein wunderbares Produkt auf dem Tisch oder mitunter auch in der Tee gelegt. Hallo, ich bin der Peter Schmieder. Mein Aufgabebereich beginnt beim Wareeingang bis hin zu den Kochschinken und den ganzen Bratespezialitäten und natürlich alles, was mit Fleischdesign zu tun hat. Was ich hier natürlich sehr schätze in der Firma, ist die Mischung zwischen Tradition und Innovation. Wir arbeiten nach all den Rezepten und mit modernsten Maschinen, stellen unsere Salami-Naturreife-Verfahren her. Das heißt, die Salami braucht mindestens drei Wochen, bis die Reife gerade erreicht hat. Auf jeden Fall ist man darauf stolz, mit jedem neuen Produkt, den man schafft und sieht, dass man damit Menschen glücklich machen kann. Wenn sie abends eine gute Salami essen, ist das eine ganz tolle Sache.